Ja, hallo und servus liebe Far Cry Freunde. Heute geht es weiter mit einer Longinus Aufgabe oder Longinus Mission. Wir hören mal zu. Offenbarung 13, 9. Ich bereite Predigte vor. Das sind viele Predigten. Und alle Menschen werden sich fürchten und verkünden, dass dies das Werk Gottes war. Und für dich gibt es doch ein Falleres Schaf. Finde es, folge ihm und bringe, was du findest. Ja, es ist jedes Mal ein sonderbarer Junge, aber naja, dann machen wir das mal für ihn. Was müssen wir denn, ein Schaf finden, oder habe ich das richtig verstanden? Oder hat er das symbolisch gemeint? Oh, kam ein Ereignis. Ja, ich komme. Habt ihr das gesehen? Im Flug, also das war ein genialer Kill. Das war ein Kill im Flug. Das müsst ihr erst danach machen, Leute. So, jetzt sind wir da. Da steht jetzt ein Schmuggler, nähert sich, lasst sich nicht entdecken. Er kommt also mit dem Boot. Wir hören es schon. So. So, jetzt kommt, tauch auf hier. Schnell. Oh, Mann, hier. Dreckssachen hier. Ich hatte es gerade schon mal probiert, aber da hat es... Hä? Was soll denn der Scheiß jetzt? Das Spiel ist doch total verbuggt, ehrlich. Wer hat mich der jetzt entdecken können, aber vorhin war ich 10 Meter hinter ihm und bin aufs Boot gesprungen und hat er mich nicht entdeckt. Natürlich. Ist ja klar. Na, ich komme eh nicht mit. Jetzt scheiße. Hä? Ist ja scheiße jetzt hier. Na, toll. Jetzt reicht es aber hier. So, jetzt gibt es Tote. Jetzt verleicht ich die, da mein Trend. So, wo kommen die anderen? Oh, scheiße. Du steckst auch. Sind jetzt alle tot? Nein. Da hinten ist noch einer. Ah, es kommt noch welche. Na, der kann sich aber gut verstecken, der kleine Pfenner. Jetzt komm schon, gib mir deinen Kopf. Ach, scheiß drauf. Jetzt kommt er raus, die Feigesau. Ich hole mir den jetzt mit Takedown. Oh, da sind noch vier Gegner. Dann nehmen wir mal unsere neue Waffe. Nein, nicht die. Nein, wo ist er denn? Auf eins. Aha. Dann plündern wir zuerst mal und dann erledigen wir den Rest. Was? Wertloser Rebell? Wie hast du mich genannt? Jetzt mache ich die Feuer damit, mein Freund. Wäre das auch geklärt, ja? Ah, jetzt weiß ich, da war ich ja schon mal drinnen. Hier geht's also rein. Ah, alle per Kopfschuss erledigt. Deshalb geht's, glaube ich, nicht. Der Feind ist. Der Feind ist. Abschuss. Nee, der nicht. War mal gut. Ausnahme gibt's auch mal. Was nehmen die Diamanten vom Tisch? Wo ist denn hier ein Tisch? In diesem Bereich sind also Blutdiamanten. Okay. Ach, vielleicht müssen wir die entweder durchsuchen. Könnte sein. Oh, wartet mal. Lauf, 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 lauf. Boah. Das war knapp. Gleich die nächste. Hui. Ist immer geil. Jetzt suchen wir zuerst alle. Nee, die Blutdiamanten sind weiter hinten. Okay, hat schon gezielt. Dann der noch. Ich bin da immer Jäger und Sammler, also das ist meine Bestimmung. Jagen und Sammeln. Ah, hier sind sie. Blutdiamanten. Checkpoint. Höhe. Wo soll denn hier eine Kiste sein? Über uns. Ja, entkomme heißt quasi immer, dass Gegner da sind. Super. Die kommen wann hier wieder raus? Ah. Auf die Art und Weise. Jetzt komm ich da mit. Oh, da warten Freunde auf uns, meine Leute. Meine Freunde. Schießt raus und sucht. Schießt auf alles, was sich bewegt. Geht klar. Er ist hier. Machen wir den Kerl fertig. Hast du Platz, Patronen? Heck. Er hackt. Das gibt es nicht. Der hackt doch. Scheiße. Mann, Mann, Mann. Na, der hackt. Das habe ich sofort gesehen. Habt ihr gesehen? Der schießt zufällig auf die Fässer, weil ich da bei dem Scheiß Fass stehe. Das ist natürlich klar. Ich perforiere dir dein Gehirn. Also, die Sprüche sind neu. Ich muss den mal mit Steinen ablenken hier. Das ist geil. Kopfschuss und... Okay, den Panzer-Tipp zuerst. Zuletzt. Boah, hier. So, zwei sind es noch. Warte mal, ich habe doch einen Flammenwerfer. Ne, habe ich nicht. Helm abgeschossen und... Tschüss. Herrlich. Na, ich schade, dass ich nichts Explosives dabei hätte. Ich hätte ihn auch mit C4 killen können. Stimmt, da muss ich endlich mal dran denken. Bringe den Blutdiamanten zum Übergabepunkt. Soll ich jetzt laufen oder haben wir hier einen Elefant? Oh, scheiße. Oh, hau ab. Hallo. Tschüss, verpiss dich. Schießt ins Bein, ja? Einen Schuss, dann ist er tot. Noch einer. Oh, jetzt kommt er, jetzt kommt er. Hä? Wie viele Schüsse hält der aus? Hallo? Hallo, jetzt ist er tot. Alter, acht Schüsse. Der Sniper, ein Bär, ja? Keine Nase, sondern ein Bär hält acht Schüsse aus. Was Neues. Okay, wir haben hier ein Chatski. Damit können wir natürlich schneller verschwinden. Dann tun wir das auch. Ja, der spielt halt immer noch seine Macken, aber gut. Wow. Und perfekt direkt ins Haus rein. Ist der ein Gegner? Ja, nee. So, müssen wir hier die Muttiamanten... Ah, jetzt. Mission beendet. Kompensation. Jo. So, das war's mit der Mission auch. Macht's gut. Ciao, bis morgen. Servus.